Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so einen Taschenrechner eigentlich wieder richtig zurücksetzen kann, wenn du selber oder dein Banknachbar zum Beispiel irgendeine Einstellung eingestellt hat, die man einfach nicht mehr wegbekommt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Es gibt jetzt natürlich die verschiedensten Modelle, doch diese Anleitung gilt auf jeden Fall für alle Casio Taschenrechner. Zuerst einmal müssen wir unseren Taschenrechner ganz normal anschalten, hierfür oben rechts auf ON gehen und du kannst sehen, bei mir stehen jetzt schon F von X da, also die Funktion, die ich einfach nicht wegbekomme. Ich kann ihn auch nochmal ausmachen, nochmal anmachen, es steht immer wieder da, weswegen ich jetzt meinen Taschenrechner auch zurücksetzen möchte. Und aus diesem Grund hier oben links einmal auf Shift gehen, dann auf meine 9 bzw. auf CLR, werde nun schon gefragt, was genau ich zurücksetzen möchte. Erstens nur die Einstellungen zurücksetzen, zweitens nur die Daten oder drittens, ich möchte wirklich alles komplett zurücksetzen, also auf Werkseinstellungen gehen. Das ist jetzt in meinem Fall, weswegen ich die 3 hier unten auswähle. Ich werde nochmal gefragt, ob ich wirklich alles resetten möchte. Ich muss auf das Istgleich klicken für Ja, wenn ich abrichten möchte, einfach auf AC, bei mir ist es aber das Istgleich und schon wurde es zurückgesetzt. Jetzt nochmal AC zum Bestätigen sozusagen klicken und wir können sehen, dass meine Einstellung, also diese Funktion von gerade eben wieder weg ist. Und somit haben wir unseren Taschenrechner auch schon wieder auf Werkseinstellungen richtig zurückgesetzt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens das neueste Taschenrechner-Modell oder gleiche Ersatzbatterien für diesen zulegen möchtest, dass du im Notfall immer welche bereit hast, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis und das Best hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Artikeln. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.